Wir gehen in den Normal-Mode. Ah ja, 46. Schon ein guter erster Run. Ich hab wieder vergessen, was da abging. Ja, dann leck mich doch im Arsch. Oh nö. Hä? Ach man, keine Ahnung. Okay, weiß ich, ob ich den Level jetzt noch einen Daumen nach oben geben kann. Das gibt's doch nicht! Ach man! Ey man, ey man! Oh Gott, ich bin so scheiße. Darf ich jetzt nicht, dass das ein Easy dienen ist? Ja doch, tatsächlich. Tatsächlich ist es. Aber es ist ziemlich nice gemacht. Also ich find das Level echt cool, aber ich bin das gerade unfähig. Es gibt mir so richtig Broken Sign-Evibes. Und das ist ziplin. Ich weiß nicht, dass wir irgendwie mitisten gently deferulen. Und das ganze Pläne darlegen. Und das ganze 62. Also ich bin so ein Bombsче einig. In Libanischer now ist das healthcare, ein Victor. Und das tätig. Und da geht es nach dem Bolten. Und das ist ein klappt. Es ist mit deinem Ring. Und ich bin solved vor, dass da höher Visier sich zum 35 mm Between customers razie ist. Und zum Beispiel vor, was das Minute Investanz Data rho wieder einemont parem anziehen. Und jetzt haben die Visierer generiert. Und danach kommt unserulus. Und später habe ich jetzt mal Fine. Was ich dann患ere? danke gott es geht doch schön und wir kommen den 3000 stars näher lost das beschreibt ich würde es auf keinen fall anfänger empfehlen also es ist ein easy team ohne frage aber für einen anfänger ist es glaube ich ziemlich schwer weil du brauchst glaube ich schon ja kenntnis ich habe ja 119 versuche es hat schon ein bisschen gedauert